Die Mimik nimmt auch das Shield und kriegt keinen Schaden, das ist einfach uhrgeil. Da ist die erste Phase ein Kinderspiel, selbst ohne Mimik, aber mit Mimik ist es halt lustiger, weil er halt doppelt Blut kriegt. Der kriegt die ganze Zeit, Blut und Scarlet Rot kriegt er permanent und er kriegt keinen Schaden. Schaut sich das an. Er wird sofort gegengeheilt. Oh shit, jetzt ist die Mimik dran. Immerhin hat es die Mimik erwischt. Er hat sofort gegengeheilt. Oh shit. 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 Oh oh. Du, wie weicht man dem Scheiß aus? Nein! Kann doch nicht sein! Muss ich mich nicht mehr loslegen? Aha, easy! Ja! Und Abschied! Du Arsch! Vielen Dank.